Kuriose Rekorde. Der Yellowstone Nationalpark hält den Rekord für den ältesten Nationalpark der Welt. 1872 wurde er gegründet. Bekannt ist er für seine heißen Quellen und Geysire. Ist schon geil. Der Kater Merlin hält den Weltrekord für das lauteste Schnurren. Mit 67,8 Dezibel ist er fast so laut wie ein Rasenmäher. Du sorry, ich höre dich gerade nicht so gut. Der Kater ist gerade sehr entspannt. Der Rapper NoClue hält den Weltrekord im Schnellrappen. 2005 hat er den Weltrekord mit 723 Silben in 51,27 Sekunden aufgestellt. Das sind 14,1 Silben pro Sekunde. Eine Mutter aus den USA hält den Weltrekord in Marathonlaufen mit einem Dreisitz-Kinderwagen. Die 42,195 Kilometer schaffte sie in 3 Stunden und 11 Minuten. Der Japaner Kenichito hält den Weltrekord für die schnellste Zeit in 100 Meter Sprint auf allen Vieren. Eine Hündin aus San Diego hält den Weltrekord in Hundesurfen. Sie schaffte es, 107,2 Meter auf der Welle zu reiten. Machen das die Tiere eigentlich freiwillig? Die deutsche Dogge Freddy ist der aktuell größte Hund der Welt. Wenn Freddy auf den Hinterpfoten steht, misst der Hund 2,30 Meter. Alter, ich glaube, ich hätte echt Angst, wenn ich so einem Riesenhund begegnen würde. Der schiefste Turm der Welt steht in Niedersachsen. Er neigt sich um 5,19 Grad. Zum Vergleich, der Schiefturm von Pisa neigt sich um 4 Grad. Eine Frau aus den USA hält den Weltrekord in 3 Minuten so viel Mayo-Essen wie nur möglich. Sie hat 2,4 Kilo geschafft. Nur beim Zuschauen muss die schon fast kotzen. Aschrita Firman hat weltweit die meisten Weltrekorde aufgestellt. Über 600 sind es. 200 davon hält er bis heute. Zum Beispiel für die schnellste Zeit 10 Kilometer zu Hula-Hupen. Hupen. In St. Peter-Ording wurde 2013 der Weltrekord für die meisten Sandengel aufgestellt. 280 waren es gleichzeitig. Warum sind so viele Weltrekorde eigentlich so mega weirde Sachen? Thomas Blackthorn aus Mexiko kann mit seiner Zunge 12,5 Kilo heben. Das ist nicht nur verrückt, sondern auch ein Weltrekord. Der Weltrekord für den längsten Kuss liegt bei 58 Stunden, 53 Minuten und 58 Sekunden. Und dabei entstanden sind wunderschöne Bilder. Küssen mit offenen Augen sich aber nicht ansehen. Hin und wieder muss auch mal was getrunken werden. Zumindest sie ist glücklich. Das ist das Romantischste, was ich jemals gesehen habe. Nicht. Gary Turner hat die dehnbarste Haut der Welt. Bis zu 15,8 Zentimeter kann er sie abziehen. Ich habe das Gefühl, ich kann meine nicht mal einen Millimeter abziehen. Ashita Furman hat 2008 80 Eier in einer Minute mit seinem Kopf zertrümmert. Also so Lebensmittelverschwendung finde ich immer nicht so geil. Like und folgt mir für mehr.